Hallo YouTube. Wir gucken jetzt Trailer von Steam. Der ist da, obwohl er auf YouTube noch nicht ist. Let's go. Äh, like das Video oder sowas. XD. Da ist er! Oh Gott! Das ist der, der, der Roboter. Survivor Helper heißt die Drecksau. Ui. Ui. Okay, ne, Moment. Ich glaub, der Trailer sollte noch nicht auf Steam sein. Okay. Fett, fett, fett. Hab Bock. Loy, wait. Die Luftschiffe sind fliegende Floße quasi. Das ist ja crazy. Krass. Das ist der Cosmo. Okay, krass. Geil. Oh, alright. Hä, gab's das schon? Das ist ja wild mit diesem Blubbergun. Irgendwie kommt's bekannt vor, aber irgendwie nicht. Ich glaub, von einem anderen Spiel. Aus Portal. Stimmt, aus Portal. Egal, weiter gucken. Warte, Moment. Das sieht alles schon sehr geil aus, muss ich sagen. Kannst du Trailer-Link schicken? Mach ich gleich. Das brauche ich. Okay. Hä? Wait, what? Lol, was, 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 was? Es gibt einfach ein Dingens? Ne, 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 ne Zeit-Zurück-Dreh-Uhr? What the fuck? Wie soll das funktionieren? Wild im PvP, würd ich mal sagen. Das sah... Das ist krass. Der hat sich einfach hinter den teleportiert. Was ist das? Oh, geil. Sehr geiler Trailer. Holy shit. Okay, da müssen wir nochmal, da müssen wir nochmal ins Detail reingehen, glaube ich. Witzig, dass die das, ob das gewollt war? Jetzt will ich nochmal ein bisschen in die Details gehen gerade. Kurz schauen, was wir hier alles gesehen haben. Also da ist der Roboter, der Survivor-Mate. Wie genau der funktionieren wird, wird sich zeigen. Skin. Der sieht schon mal sehr geil aus, muss ich sagen. Und das ist ja komplett wild. Hör dich das mal an. Das sind die neuen Steampunk-Skins dann, ne? Krass, die sehen so... Die sehen aus wie eine Mischung aus Metall und Stein. Das sieht sehr cool aus. Das Luftschiff bin ich super gespannt drauf. Das sieht richtig, richtig, richtig interessant aus. Ja, was sieht man hier noch alles? Hier ist der Giganto-Raptor und sowas. Den Rock-Drag-Brillen-Skin, den haben wir schon gesehen. Das sieht sehr cool aus mit dem Tower hier. Was sind das für Dinger? Das ist ein Forge-Skin wahrscheinlich. Boah, das ist ein Forge-Skin. Das ist eine Super-Forge. Boah, geil. Okay, sehr nice. Der sieht irgendwie affig aus. Weiß ich nicht, fühle ich nicht. Den Skin fühle ich jetzt auch nicht so sehr, aber den kannte man auch schon. Keine Suppen-Forge, du Pappnase. Das ist ein Super-Forge gewesen. Offensichtlich. Da kamen ja die Metal-Ingots raus und so. Und das ist das Luftschiff. Das ist wirklich... Das Luftschiff ist wie ein... Wie eine Tree... Äh, nicht der Tree-Plat. Wie ein Raft. Oder diese... Diese große... Wie heißt das? Diese große... Ähm, diese Ocean-Plattform. Das ist der Link-Typ, der anscheinend ein halber Griffin ist. So, was das für ein Teil ist, habe ich auch noch nicht gerafft. Diese komische Pistole. Aber anscheinend taint man damit diesen Cosmo, oder was? Ja, irgendwas macht man damit auf jeden Fall. Und das Ding funktioniert wirklich so wie... Wie die Greifhaken aus... Aus Atlas. Ding-Dong! Studien haben gezeigt... Pst! Perfektes Timing, Alter. Gerade Streamern gemacht und es ging sofort los. Was macht das Ding hier eigentlich? Also, man kann damit so ein Jump-Pad machen. Und anscheinend irgendwie... Leute vergiften oder so. Aber das ist geil. Das Batman-Signal. Ich bin mir sicher, das Teil wird die Performance... Äh, umbringen. Das ist der neue Spiegel wahrscheinlich. So, und das ist der Typ, der eigentlich rumlaufen soll. Sieht, ist schön, wie er da im Hintergrund am Pennen ist mit der Roll-Rid. Der rumlaufen soll und irgendwie Ressourcen für einen farmen soll. Ich bin mal gespannt, wie der das macht. Also, ob der broken ist oder nicht broken. Das ist halt komplett wild. Und... Diese Tesla-Spulen hier interessieren mich auch extrem. Da musste ich instant irgendwie an Command & Conquer denken. Einfach so Tower-Defense. Als ob man jetzt so Türme aufstellen kann, die die Gegner abhalten. Also, die Thames abhalten. Vor allem, die scheinen ja nicht zu sterben. Das sah ja so aus, als würden die einfach wie so ein Elektrozaun... Ähm, ausgebremst werden, ne? Und da haben wir das hässliche Schwein. Sieht actually genauso aus wie in SE. Egal. Geil. Geil, geil, geil. Ich hab Bock. Ich will, ich will, ich will spielen. Bitte. Danke. Jetzt. Sofort. Tschüss oder so. Boah!